Dieser arbeitet in der Verwaltungseinrichtung B853400000000000000001X in der Abteilung für Sachbearbeitung der Sachbearbeitung von Sachbeschädigung. Seine Aufgabe war es im Speziellen, Anträge auf Sachbearbeitung der Sachbearbeitung der Sachbearbeitung von Sachbeschädigung abzulehnen. Und wieder einen Antrag erfolgreich abgelehnt. Von der anderen Seite des Pappesichtzauns, welcher das gesamte Großraumbüro pflasterte, reckte sich sein Kollege und Mitarbeiter Person ohne Eigenschaften 5X. Hm, aha, so ist das also. Was willst du denn jetzt schon wieder, Bob? 24 benannte alle Personen, die er nicht leiden konnte, mit obsoleten Namensstrukturen, welche freilich sehr verpönt waren. Wenn du mich doch einmal mit einer solchen Sprachgeistung titulierst, werde ich ein Verhaltensgutachten beantragen. Oh nein, kein Gutachten. Pfff. Vielen Dank.